Meine Damen und Herren, wie Sie jetzt sehr deutlich erkennen können, fahren wir über einen Fluss. Dieser Fluss ist aus Wasser gemacht und der Fluss heißt der Rhein. Und der Rhein heißt der Rhein, weil wenn man zu nah dran geht, dann fällt man rein. Deswegen. Ach, da ist der Dom. Wo? Oh nein! Nein, ich kann ihn gar nicht sehen. Da steht eine große hässliche Kirche davor. Manu! Können wir Fotos machen? Ja, natürlich. Ich habe Wan, ich habe anochen. Untertitelung. BR 2018 Die Martina. Die Martina. Die Martina. Wasst eine? Die Martina. Wasst eine? Wasst ein? Wasst ein? Wir sch condensern. Wasst ein? Wasst eine? Alles? Wasst eine?